Heute schauen wir zusammen an, ob der Dunlop Sport Blue Response Sportlichkeit und Wirtschaftlichkeit zusammen vereinen kann. Dank der speziellen Polymerverbindungen hat der Dunlop sehr gute Nassbremseigenschaften und durch die breiten Profilrille einen höheren Schutz gegen Aquaplaning. Die optimierte Konstruktion sorgen für einen geringen Kraftstoffverbrauch und die Short-Break-Blocks sorgen für einen enorm kurzen Bremsweg auch mit hoher Geschwindigkeit. Die EU-Label wären Kraftstoffverbrauch C, Nassfahrverhalten A und Lärmemissionen 67 Dezibel. Das wäre jetzt unser Dunlop Sport Blue Response. Er steht für gutes Nassfahrverhalten, wenig Verbrauch und optimales Preis-Leistungsverhältnis. Sozusagen das Rund-Ur-Sorglos-Paket. So, das war jetzt auch schon wieder von meiner Seite. Falls ihr dieses Interesse geweckt habt, auf e-pneu.ca kannst du dir das Pneu bestellen. Bei weiteren Fragen stellen wir den Telefon sehr gerne zur Verfügung. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Abonniere den Kanal, teile es nicht verboten und wir sehen uns im nächsten Video.